herzlich willkommen von der baustelle des großen kolosseums beziehungsweise der ersten tütengruppe des ersten kartons den habe ich das habe ich nämlich fertig ging schneller als ich dachte also eigentlich müsste ich jetzt ja mit einem viertel der zeit durch sein aber das kann glaube ich nie hinkommen das waren anderthalb stunden ungefähr die hierfür gebraucht habe und der kist die kiste ist leer das liegt aber auch daran dass hier wirklich große elemente man hat beim auspacken ja vielleicht gesehen verbaut sind also hier diese großen platten wirklich ja tatsächlich in der form und art wie man sie von lego art auch kennt und ja schön wäre natürlich wenn man das kolosseum jetzt auch noch in die wand nageln könnte das glaube ich wird bei den aufbauten wahrscheinlich eng ja gucken wir erstmal was haben wir also gebaut das ganze ging los groß erstmal mit diesen platten beziehungsweise die ersten drei tüten dort baut man die beiden hälften die sind genau gleich erstmal gewesen diese hier bis dahin und diese das heißt erstmal kommen die platten zusammen und dann kommt so ein bisschen gerüst drumherum es kommen einzelnelemente noch dran und dann kommt nach tüte grad 3 das zusammengeschoben und dann hat man schon mal das grundgerüst was wir hier haben das sind so ungefähr etwas ja keine 60 x 60 cm etwas drunter irgendwas in den 50ern beides das ist nicht riesig aber okay und groß was dann kam sind diese elemente hier noch und ich glaube das macht auch einen sinn dass man hier nämlich farben jetzt reingebracht hat wie gesagt bis kurz vor schluss war beides noch gleich ganz am ende jetzt mehr oder weniger kam jetzt hier weiß rot blau gelb dazu damit man eben auch die seiten hat damit eben auch das ist ja dann auch so das kolosseum ist ja nicht rundherum gleich dann wäre auch gleich beim bauen wirklich das grauen sondern es ist ja dadurch dass die zeit unterschiedliche fugen reingerissen hat hier mal höher mal da und das hat man sicherlich dann auch versucht da zu bilden so dass man auch weiß an welcher seite baue ich jetzt weiter deswegen finde ich das mit den farben schon mal eine gute orientierung wir sehen hier ich vermute mal da kommt ein bisschen was vom kellerbereich rein da haben wir schon so erstes mauerelemente die hier unten eingebracht sind ein bisschen was grünes und das was am ätzendsten war ich glaube es war bei der tütengruppe vier das sind diese elemente hier das sind diese klammern die hier reingedrückt werden und da habe ich mir den wolf gedrückt also die das dann da so diese lücke rein zu kriegen gut da war zwar das hier der hier noch nicht drin aber trotzdem hier so mit meinen fingern da rein ich war kurz davor meinen sohn zu bitten ob er das vielleicht schafft das bei denen hier war es ein bisschen einfach aber auch da ja da habe ich ein bisschen daran gefummelt aber ansonsten baute es sich sehr flüssig sind große teile ja auch gewesen man hat sehr schnell viel strecke gemacht und mit tütengruppe fünf ging es dann auch schon los hier mit diesen elementen das sind einzelne elemente die hier dann dran gesetzt sind und die jetzt könnte man theoretisch wieder abnehmen also das hier ist dann eins dann braucht man da ist das und das wird dann hier drauf gemacht am ende hier noch eine platte so dass die auch alle miteinander so ein bisschen zusammenhängen und dann geht es nachher in den nächsten tüten auch weiter wir können einmal kurz von unten gucken es ist auch relativ massiv das ganze das heißt ich kann sogar mit einer hand hier gerade drehen und wir sehen hier ja da wird es gehalten also das ganze soll natürlich dann auch eine gewisse festigkeit haben deswegen hier überall auch die platten die dann noch mal zusammen drücken ansonsten von unten keine schönheit und also gewichtsmäßig könnte man natürlich ihren haken anbringen und das dann an die wand bringen aber ich weiß nicht ob die aufbauten das halten ich weiß auch noch nicht ob ich das ausprobiere ich weiß es nicht einfach nicht ja aber wir sehen noch mal hier die platten also das ist hier genau das was man eigentlich schon kennt jetzt wird hier wieder gedreht mit einer hand ganz kurz wollte ich einmal noch für eins von diesen elementen auch zeigen weil ich die ganz interessant finde die ja hier dann so ran gebaut werden und auch dieses wird dann gleich hier noch seinen platz finden die sind nämlich tatsächlich so ein bisschen hohl auch also da ist durchaus auf lücke gebaut die sind nicht so massiv wie sie von außen sehen deswegen beim bauen ist es manchmal auch so ein bisschen filigran das zusammenzustecken sobald es dann aber hier fest dran ist so wie ich es jetzt hier gerade mache dann ist es aber auch stabil also dann hält es auch aber man sagt hat eben es sind auch lücken drin wollte ich einfach nur mal gezeigt haben fand ich ganz interessant macht ja das einstement nicht wirklich schwierig aber es bricht einem manchmal so beim bauen kurz zusammen nachher aber davon nichts mehr zu merken ja das wollte ich noch gezeigt haben und wir sehen hier jetzt geht es dann auch weiter mit dem karton nummer zwei dann gilt es hier natürlich auch noch diese noppen zu bestücken und dann geht es auch irgendwann in die höhe wir machen schon mal so einen kleinen sneak peek das hier war noch die anleitung nummer eins man ja auch sieht hier natürlich also man muss eben wissen wo es links rechts und vorne und dann hier noch mal kurz der überblick hier das eben zweimal bauen das könnte man auch so ein bisschen übersehen weil nur bei tütengruppe tüte 1 steht zweimal das fand ich ganz interessant hier da steht zweimal bei zwei und drei steht das nicht mehr deswegen habe ich erst überlegt kommt das noch hin aber natürlich man sieht hier da das soll eben zweimal alles gebaut werden kann man ja im akkord an jede seite im prinzip gleich doppelt gebaut haben vier und fünf bringen das ganze dann eben mit ein bisschen was bunt und bisschen was dran dann auch zusammen so ja und mit anleitung nummer zwei geht es dann weiter beim unboxing ja auch schon gezeigt und da sehen wir jetzt dass dann sicherlich auch das graue rund sozusagen die straßenelemente mehr und mehr dazu kommen werden auch ein bisschen was vom innenleben und schließlich auch schon hier die ersten ränge da bin ich auch gespannt wie groß die dann werden und wie massiv das ganze wird und wie detailliert das kommt auf diesen bildern finde ich noch nicht so gut raus aber ich gehe davon aus dass das jetzt deutlich länger dauern wird als wieder anderthalb stunden da rechne ich jetzt eher mit drei dreieinhalb stunden wir schauen mal ich werde es berichten also noch mal kurz der blick auf das grundgerüst der anfang ist gemacht es geht voran wir sehen und hören uns dann bei der klemmbaustein lyrik sehr bald wieder was für kamera faden ja herzlich willkommen wieder zum bautagebuch des großen kolosseums näher tag zwei kann man nicht sagen sind schon ein paar tage mehr vergangen aber immerhin die schachtel nummer zwei von vier ist fertig und damit auch ein bisschen mehr vom kolosseum schon zu erkennen als es beim letzten mal noch war da hatten wir nur die grundplatte die man quasi an die wand hätte hängen können und die auch wirklich schön massiv ist ich habe sie also öfter jetzt in den letzten tagen durch die gegend getragen da war kein problem aber jetzt haben wir auch ein paar aufbauten da wir einmal diesen innenbereich wer also schon mal beim kolosseum in rom war wird sich vielleicht erinnern dass man ja so ein bisschen was von der unterirdischen oder zumindest damals unterirdischen katakomben dort sehen kann und auch durchlaufen kann und das sind ja glaube ich mindestens zwei stockwerke gewesen die unterirdisch waren da war auch die gesamte technik damalige technik sozusagen des kolosseums drin bis hin ja sogar zu der möglichkeit zumindest in der anfangszeit weil es auch umstritten ist was die anfangszeit ist aber zumindest in den zeiten wo man dann die große eröffnung hatte dass man das ganze teil hier sogar in dem innenbereich fluten konnte das werde ich jetzt hier nicht ausprobieren aber man erkennt also viel von diesen resten so wie sie auch heute noch da sind und da bin ich auch gespannt dass da nochmals vergleichen mit fotos aus dem original wir sehen auch wie das gebaut ist hier das ist teilweise eben vorne und hinten angeklickt und in der mitte dann sozusagen nur aufliegend hier sehen wir es teilweise ist aber auch massiv dass man einzelteile hier rein schiebt da sehen wir auch dass es auch eben diese mehreren stockwerke dann angedeutet sein sollen in diesem unteren bereich und ich gehe erst mal schwer davon aus dass das was wir hier sehen auch tatsächlich etwas ist was man so in dieser form dann wieder entdecken wird glaube hier konnte man zum beispiel dann diesen boden auch drauf verankern da konnte man so ja aus ausnehmbaren boden nehmen schalkeles grüßen ja und danach ging es dann also das war noch unterhaltsam und dann wurde es eintönig zwei drittel oder drei viertel der packung zwei die waren dann das hier und zwar immer in elementen so ein element hier wurde gebaut einmal eins hier und eins hier die beiden sind fest verankert hätte ich beinahe gesagt sind also fest hier verbunden mit dem boden das ist auch schön tatsächlich mit dieser farbgestaltung dass man weiß wo das dann auch hin soll da hinten kommt ja noch das blaue so und dann wurde als nächstes der teil dazwischen der hier gebaut immer eins nach dem anderen element über mehrere typen hinweg die dann immer zusammengedrückt wurden wir sehen hier da da sind die diese haken bzw diese klammern die dann da ineinander gedrückt sind das ist auch immer so ein bisschen wo fasst man an wenn man die zusammendrückt diese elemente wenn man da an der falschen stelle fasst dann fällt einem auch mal was ab egal ich sag ja dann doppelter bauspaß und dann kam eben dieser teil bis dahin also nicht der letzte die waren ja verankert die sind jetzt da zwischen gelegt worden und wieder reingehängt worden auch da ist mir wieder was kaputt gegangen weil das ja ein bisschen kraft braucht das zusammen zu drücken und damit sieht man also auch dass hier dann der teil also hier verankert und der da liegt eben nur auf und da ist wieder verankert ja da sehen wir diese drei bzw vier stockwerke die damit einher gehen und die dann ja von innen eben dieses leicht kaputte dann auch machen deswegen hat man hier auch mal deswegen sind sie nicht völlig gleich also wir sehen hier schon da ist immer ein bisschen was im wechsel teilweise hier ist mal ein bisschen was anders hier also deswegen baut man sie eben doch einzeln und hat nicht irgendwie so eine seite jetzt bau das bitte zehnmal wobei einige finde ich schon eigentlich immer gleich waren also da hätte man das auch glaube ich abkürzen können mit der anleitung aber man hat schon versucht auch die bauschäden da zumindest an ein zwei stellen dann auch darzustellen so ja so sieht das schon mal hier so aus bekannter ist natürlich die sicht von hier das ist so diese straßensicht wie man sie natürlich beim kolosseum erst recht dann von außen kennt hier ist auch schon was von der anderen seite fertig ja das war auch schon dabei sehen wir hier auch da ja ein paar elemente hier sehen wir auch wo es kaputt ist natürlich nicht als modell sondern original da fehlt schon mal eine säule das muss auch so das habe ich extra mal nachgeguckt nicht dass ich da selber was vergessen hatte und hier schon mal dass wir auch noch in packung eins schon mal ein bisschen mehr vom nächsten da sieht man nämlich noch mal wie das gebaut ist wie gesagt immer so ein abschnitt baut man sich in wolf und dann wird zusammen gedrückt ja ich fand so bei einem packung war das jetzt ganz okay es sind ja auch gar nicht so kleine teile nur aber ja sagen wir so die riesige freude jetzt auf packung drei und vier wo ja glaube ich davon noch ein bisschen mehr kommt das geht so ja schauen wir mal ob es da noch ein bisschen mehr abwechslung dann gibt aber hier sehen wir eben das wird dann reingedrückt ich weiß jetzt noch nicht ob das dann daran kommt oder wo das dann angebaut wird das ist ja wie gesagt bei der packung dann der nächsten packung da sehen wir auch dass dann auf liegt ja da fehlen auch noch diese unteren elemente hier diese da sehen wir es diese durchgänge die da unten angebracht sind ja also langer rede kurzer sinn es ist weiterhin eine coole geschichte ich habe dabei auch tatsächlich eine dokumentation oder sogar der zweiten schon über das kolosseum geguckt und man entdeckt dann doch viel auch an stories die ja dann ganz spannend sind gerade was so das bautechnische ist und warum das gebaut wurde und 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 also es lohnt sich das dabei vielleicht zu gucken gibt es bei youtube zum beispiel solche dokus mit dem zdf zusammen aber baumäßig ja die abwechslung hält sich in grenzen noch fühle ich mich nicht wie beim tatschmahl aber die befürchtung ist natürlich in diese richtung wir schauen mal am ende zählt das ergebnis zwar auch aber der weg dahin und der ist ja dann doch einige stunden lang soll natürlich trotzdem spaß machen wir warten ab also ich warte ab jetzt auf die nächste tüte und da freue ich mich auch schon drauf es gibt immerhin hier in der anleitung auch noch so ein paar ja das hatte ich auch schon gezeigt manchmal oben dann so ein paar texte die so ein paar hinweise geben was zum modell auch angeht beziehungsweise kolosseum da hätte ich mir fast noch ein bisschen mehr auch zu speziellen ecken also was ist denn da unten jetzt dieser gang oder so dass man einfach sagt hier guck mal das ist der gang dort oder hier da saß dann der und der oder was weiß ich oder nicht da unten waren ja dann immer das war ja auch so ständemäßig nicht ganz oben waren dann die sklaven und frauen ja das waren zeiten ja genau also sowas hätte man dann vielleicht an der stelle jeweils da fände ich es cool wenn einfach noch mehr texte dabei sind die einem das noch mehr nahe bringen was man an der stelle gerade baut und das ist dann nicht einfach nur ja so ist ein bisschen gott sei dank ist ja also deswegen ich will da gar nicht zu sehr schimpfen hier sehen wir auch noch mal wie das ja von außen aussieht und das wäre ich ja dann im großen review dann auch noch mal zeigen das aber schon die ecke wo es höher geht also die kommt ja erst noch so dann war es erstmal mit dem bautagebuch von heute ich muss wieder ran an die steine wir sehen und hören uns bis bald und tschüss abschlussbauabschnitt drei so sieht es aus und da sind wir es gibt wieder ein bisschen was zu berichten es ist jetzt dieser bauabschnitt hinzugekommen dann haben wir hier ein bisschen was großes jetzt auch dabei und da steht noch was einzelnes was dann dem weiteren verlauf hart ja bautechnisch kann ich jetzt gar nicht viel berichten weil das ist das was ich befürchtet habe es baut sich alles immer gleich es ist immer ein eigenes objekt hier beziehungsweise so ein abschnitt der dann mit den anderen verbunden wird manchmal gibt es so leichte abweichungen da sieht man es da ist da mal einer hier dazwischen oder jetzt bei den etwas höheren da haben wir dann hier oben einmal auch ein bisschen was anders aber aber gefühlt baut es sich jedes mal gleich und deswegen ist es gut ein entsprechendes schönes hörbuch dabei zu haben oder was ich dann getan habe zwei dokumentationen mir dazu anzugucken was das kolosseum angeht spannend wie finde dass man trotz vieler dingen die man ja eigentlich darüber weiß und der technik von heute immer noch vieles unklar ist über die geschichte dieses kolosseums bis hin sogar zu der frage wann ist denn nun gebaut worden also es gibt auch theorien dass es zu der zeit wo die meisten denken dass gebaut wurde nämlich um das jahr 80 gar nicht da eigentlich nur aufgerüstet wurde und vorher stand da was schon also spannend also die schichte drumherum ist deutlich spannender als das bauen aber lego hat mir sozusagen gegönnt ein bisschen abwechslung reinzubringen und das sehen wir an der stelle und an der stelle das passt irgendwie nicht richtig bei mir sind zwei falsche teile das habe ich bei lego bisher fast nicht nie eigentlich noch nie gehabt also vor allem dass es gleich zwei sind also und zwar sind das nur die kurzen bögen die wir hier sehen da nehme ich auch wie sowieso das habe ich dann auch aus diesen dokumentationen gesehen der bogen das großartige neue so neu nicht aber das eben großartige ist was das kolosseum auch ausmacht und da ist die rede von vielen vielen bögen und das schöne ist hier sind sie auch bautechnisch wie gesagt aber ja da fehlt also das ist nur ein dreier bogen da auch der bei mir ist es fehlen mir also stattdessen zwei vierer bögen die dann das auch geschlossen hätten normalerweise komme ich dann erst mal auf die idee und die kam es dann auch da muss ich was falsch gemacht haben da habe ich irgendwo vierer bögen gebaut wo eigentlich dreier hätten sollen und dann hätte ich drei ja übrig behalten aber ich habe bei dieser tüte 21 die wir hier sehen das ist dieser abschnitt hier ich habe da drei vier mal durchgeguckt und habe es nicht gefunden also tatsächlich glaube ich jetzt fast es ist ein fehler von lego hier übrigens nicht der letzte kommen wir gleich noch zu und habe natürlich dann auch darum gebeten die neue teile noch mal nachzubekommen das war ein bisschen schwieriger weil das hätte natürlich noch nicht bei der teile nachlieferung und ich beschwere mich seite aufgeführt ist da habe ich jetzt eine einfache e mail hinschreiben müssen nachdem mir das von einer anderen seite so empfohlen wurde mal schauen ob es noch rechtzeitig zum fertigen review kommt man sieht es ja fast nicht also das richtige kolosseum hat ja auch ihre seine schäden und dann ist not a bug it's a feature ich wollte es nur erwähnt haben ja also das war für mich sozusagen der eine aufreger und der zweite war dass ich verzweifelt nach der tüte 29 gesucht habe wenn wir nämlich jemand die anleitung gucken dann gucken wir mal sehen wir nämlich dass ich das am ende durchzieht bis zur tüte nummer 29 die wir dann nämlich bauen und irgendwo sehen wir es das interessant ist diese tüte 29 da haben wir die da für die diese dritte anleitung ist die ist nicht in dieser schachtel hier gewesen ne die war in der schachtel nummer vier also ich habe erst gedacht die ist mir vielleicht irgendwo rausgefallen oder ich habe sie irgendwo hingelegt ich will jetzt auch nicht völlig ausschließen dass ich beim unboxing aus versehen die falschen in die falsche ne aber ich habe das doch nicht also müssen wir vielleicht noch mal dass das den video beweis dann angucken aber das ist natürlich jetzt überhaupt kein problem man muss nur wissen sonst sucht man sich ein wolf aber da ist natürlich irgendwann die schachtel leer und dann kommt man vielleicht selbst auf die idee dass man die vierte nochmal in die vierte schachtel reinguckt und das ist dann der abschentier der dann dazu gekommen ist also einer von dem genau also diese zwei aufreger haben dann das bauen ein bisschen unterhaltshammer gemacht aber habe ich jetzt eigentlich auch nicht gebraucht also lange rede kurzer sinn es sieht natürlich weiterhin also auch wenn ich jetzt hier mal so rumfahre das sieht natürlich schon spektakulär aus auch wenn das licht jetzt hier so durchfällt und das ergebnis denke ich mal wird nachher auch erst recht wenn man es dann vielleicht mit dem original noch mal ein bisschen vergleicht durchaus entschädigen aber also das ich hätte es hätte jetzt auch durchaus schluss sein können also ich brauche jetzt nicht noch dann schachtel vier aber natürlich werde ich mich ansetzen und dann ja vielleicht gibt es also am ende kommen ja immerhin hier hinten noch ein paar bäumchen glaube ich und auch der fiat also da ist dann noch abwechslung garantiert und ansonsten ja melden wir uns dann wieder nicht also ich in diesem fall hier kann man noch mal sehen aber das habe ich ja letztes mal auch berichtet nicht wie diese abteilungen hier gebaut sind immerhin tut sich hier hinten auch so ein bisschen was jetzt haben wir hier so ein bisschen stücker ich bei den sachen ein bisschen was an klammern und so also da sieht man jetzt auch diese vier vier abteilungen 1 2 3 4 und ja mensch mensch ja siehst du mal nicht aufgepasst doppelter bauspaß da mein mir jetzt mal ran cool ja okay das war's bis bald tschüss ich sag mal so fertig ja ich es hat sich nicht viel verändert was den bau anging es zog sich also was bisher ja geschah jede von diesen einzelnen rippchen hier wollte gebaut werden und das zog sich dann auch noch durch die vierte tüte beziehungsweise den vierten karton bis auf tüte nummer 39 und 40 da gab es ein bisschen abwechslung mit 39 gab es hier diese balustrade quasi die sich hier einmal rund zieht da nehme ich auch und mit tüte 40 kam dann noch ein bisschen was und die ist wirklich klein also man denkt da kommt noch eine ganze volle tüte nö das ist wirklich dann ein kleinkram der sich auch innerhalb von einer viertelstunde 20 minuten ja viertelstunde eigentlich gebaut hat da sind die bäume hier vorne dazu gekommen ein paar autos die da einfach mal so rumstehen und eben das ist eigentlich so der gag der fiat 500 der hier glaube ich als kleine anspielung an den echten fiat 500 ne etwas größeren echt war nicht größeren fiat 500 auch eingebaut ist ja warum hier einfach sonst so autos stehen kann man drüber streiten ja so nun haben wir es also was können wir dazu jetzt sagen das große fazit kommt natürlich noch ein paar schlaglichter will ich noch liefern unter anderem das update wer aufgepasst hat bei meinen kleinen rückblicken der weiß da waren zwei dreierbögen aus versehen verbaut und nicht die beiden vierer die man da jetzt wieder sieht weil lego war so nett während ich hier gerade die bäume abräume mir zwei neue bögen zu bringen zu schicken also es war ein bisschen aufwendiger weil über die offiziellen wege also beziehungsweise über den das front end wo man ja die das die set nummer eingibt und dann sagt dieses und jenes teil fehlt mir das war in mir verbaut weil ja das set habe ich ja vorab bekommen das ist da eben noch nicht notiert aber mit einer einfachen mail tat es dann und jetzt haben wir es jetzt würde mich mal interessieren ob bei anderen die das vielleicht haben das set oder sich jetzt kaufen werden ob das da auch ist weil soweit ich gesehen habe von anderen die auch ein Rezensionsexemplar bekommen haben einer davon scheint ein ähnliches Problem gehabt zu haben zu haben bei Tüte 21 nicht genau das gleiche aber auch mit den Bögen aber andere wohl nicht so gesehen ja wäre mal interessant ob das ein grundsätzliches Problem ist Lego hat aber wie gesagt schnell geliefert sonst wäre es ja nicht so zügig da jetzt eingebaut so ein paar kleinere weitere Details die ich gerne nochmal zeigen will was nämlich zum Beispiel sehr interessant ist was ich glaube ich mit den anderen Teilen noch nicht gezeigt hatte das ist nämlich dass sie hier an vielen Stellen da sieht man es diese umgedrehten Rollschuhe haben da können wir sie so im halb dunkel sehen die hier diese Ornamente darstellen das finde ich ist eigentlich eine schöne Geschichte kommt gut rüber ist ein ganz bisschen Fummelei aber das hält sich also das nö das ist eigentlich völlig okay was tatsächlich so ein bisschen Fummelei ist und was bei mir immer wieder dazu führt dass man dann so Einzelteile mal wieder sich auseinander legten das sind dann eben doch diese Klammern man muss ja dann immer die einzelnen Rippchen da zusammendrücken und dann haben wir da hinten ja wo sehen wir es da unten auch diese Kugeln die ja in die Löchli passen und dadurch sich das Ganze hält da muss man ein bisschen Kraft aufwenden und dann halten die Sachen erst ja dabei geht natürlich auch manchmal ein bisschen was zu Bruch kann man natürlich dann auch einfach wieder einsetzen nicht das Riesenproblem dafür allerdings finde ich dieses Grau von diesen Klammern das fällt schon so ein bisschen auf das unterbricht diese ansonsten finde ich sehr schöne farbliche Gestaltung etwas und was man beim Hauptreview vielleicht auch nochmal sieht hier diese Elemente die so komplett geschlossen teilweise sind genau so eine Lücke eine halbe Lücke das sind Sachen die man auch auf den Fotos dem Innenbereich vom Kolosseum genau so sieht also genau dieses etwas kleinere Loch dieses etwas größere in diesem etwas dunkleren Türm ist etwas was also wirklich genau so nachgefunden ist wie auch genau diese kaputten Stellen hier oder auch also es sind wenn man es vergleicht mit den Fotos wirklich erstaunliche Übereinstimmungen also man muss jetzt sagen bei über 9000 Teilen hätte ich das auch erwartet aber schön dass es sich dann auch tatsächlich so bewahrheitet hier diese Platte die auch im Original da ist die wird dann hier nochmal extra auch reingesetzt mit der letzten Tüte das können wir nochmal kurz abnehmen das ist also nur da drauf gesetzt hier über diese Stelzen wird das dann hier befestigt und dann hat man diese Platte da drin und eben vor allem auch diese ganze große mit den hohen Fronten hier dann auch wieder so eine Lücke so wie sie auch im Original ist kommt schon wirklich schön rüber übrigens erwähnt Lego selber in der Anleitung an einer Stelle dass dieses drei Striche hier gar nicht not a bug is a feature also angeblich haben die Römer beides verwendet also sprich die IV Variante für vier oder dies mit den drei Strichen vier Strichen ich finde das weiterhin strange aber ja gut wenn sie es reinschreiben natürlich in die Anleitung wo ansonsten finde ich sehr wenig hier nochmal Erklärung steht das ist eigentlich fast mit das einzige vorne noch ein paar schöne Bilder ja das ja dann wird es natürlich stimmen also da gehe ich jetzt mal fest von aus hier nochmal ein Blick auf die ich finde spektakuläre Rückansicht das ist eigentlich fast schon schade weil wenn man es dann irgendwo hinstellt und das nicht gerade mitten in den Raum geht dann wird wahrscheinlich diese Seite hier eher vorne sein weil man dann hier so reinblicken kann das heißt eigentlich dieses richtig Schöne was ja hier über 1, 2, 3, 4 Stockwerke hoch geht das wird man da gar nicht so großartig dann je nachdem wie man es hinstellt sieht gerade mit diesen Säulen dann haben wir da wieder unsere Rollschuhe bis hier oben dann auch das hier mit diesen Klammern die so wenn man auf den Fotos guckt auch ja nicht Klammern aber doch so Ausbuchtungssteinchen sind die da auch sind und dann hier auch nochmal so Ornamente also das ist schon von der Seite hier finde ich also von der Hinterseite sehr cool auch also vor allem weil es ja auch der Teil ist der noch am besten erhalten ist vom Kolosseum und dazu dann auch immer wieder hier cool eingebaut eben diese Lücken wo eben mal auch was rausgebrochen ist so wie es auch im Original der Fall ist da sehen wir es auch wo eben Erdbeben und andere Dinge hier ihr Werk in den 2000 Teilen selber an dem Kolosseum geleistet haben hier auch der Blick nochmal in die Seitenansicht also in diese Lücke was tatsächlich wenn ich das richtig auch in meinen Berichten die ich gelesen habe war dass man sich erstaunlich viele Gedanken gemacht hat wie denn die Menschen eben zu ihren einzelnen Stockwerken kommen wo ja unten da saßen ja die Betuchten beziehungsweise die ja wie soll man sagen erste Klasse und je weiter höher man kam umso schlechter war man angesehen und oben saßen dann ganz oben dann glaube ich die Sklaven und die Frauen ja so war das damals und deswegen hatte man eben auch tatsächlich solche Treppenhäuser die wohl auch sehr eng waren und dann eben auch wirklich für jeden auch seinen eigenen Eingang machte sodass also auch jeder die Chance hatte dann zu seinen Plätzen zu kommen ohne den anderen Klassen begegnen zu müssen und das Ganze auch so dass man wohl sehr zügig rein und raus kam selbst falls da irgendwie alle gleichzeitig raus wollten das ist heute wenn ich das richtig verstanden habe mehr oder weniger immer noch das Beispiel dafür wie man Arenen baut also große Stadien das hat man sich hier beim Kolosseum abgeguckt und da hat sich so viel dann wohl gar nicht mehr geändert die Frage ist dann natürlich immer wohin denn damit weil das ist natürlich schon ganz stattlich was ich jetzt hier habe wir können nochmal von oben gucken und ja also da muss man auch den richtigen Platz für haben gut ja das sei nur sozusagen nochmal vom letzten Bauschnitt Abschnitt dann auch ein kleiner Eindruck geliefert der Rest davon also das große Review naja so groß wird es ja nicht mehr aber das Fazit insbesondere da führe man nämlich nochmal ein eigenes Video auf und da nehme ich dann auch meine gute Kamera das heißt da haben wir dann nicht dieses Zittrige hier dafür aber auch nicht so schön da ran wahrscheinlich das geht dann doch mit so einer Handykamera irgendwie viel besser kann man hier so Viva Style machen oh guck mal hier so und nochmal rund und dann geht sie wieder los die wilde Fahrt immer wieder eine Runde rückwärts und nochmal genau so also wir sehen uns bis bei gleich beim Fazit Tschüss wir sehen uns bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017